The King 9,90 Euro für ein Stück jetzt für euch im Test packen sie natürlich erstmal aus das Design sieht schon mal sehr überragend aus wir haben dieses mit der Schlange oder sowas das finde ich auf jeden Fall echt sehr geil so für euch jetzt im Test The King also es ist einfach gegen das Ding geknallt wie krass woanders oh Alter ja ja wie es ist oh normal Untertitelung des ZDF, 2020